ja moin leute und herzlich willkommen zum heutigen community stream zu mario maker 2 wir wollten das heute ja mal ausprobieren ob ihr da lust drauf habt wir wurden über discord schon level reingeschickt hallo ace oben steht es ja schon wer will kann mitmachen hallo dark es steht ruhencode und oben links steht freundescode macht was ihr wollt in der hinsicht ich weiß noch nicht wie ich an diesem team rangehen soll also mit welcher laune bzw mit welcher vorstellung wie das heute abläuft ob ich jetzt sollte nicht spaßigen abend haben werde oder ob ich wegen den levels frust und ende haben für die die sich übrigens fragen wo ist sunny ich habe ihn zigtausend mal angeschrieben der reagiert nicht wollte eigentlich das mit zannin zusammen machen aber da ist ja keine reaktion den ersten raum habe ich mir angeguckt und danach nicht mehr also beim ersten raum weiß ich was ich zu tun habe hier wäre die man sich auf den kopf setzt damit schiebt man den da oben wie gesagt mehr habe ich mir nicht angeguckt und muss hier ein rätselmann ich habe jetzt nicht mit absicht verkackt ich bin echt so schlecht wenigstens seht ihr so mario gameplay hier bin ich hallo ich bin gut ein moment kommt zurück von hier hoch mit dir ok wünscht ihr viel spaß bei schock jetzt du weißt du weißt du willst es kommt der geist her ich habe nur ich habe nur auf den tromp geachtet hier waren jetzt drei türen bis hierhin habe ich gespielt und danach nicht weiter wollt ihr nicht lieber liebe geister sein ok ich brauche schlüssel stimmt ja steht hier sogar im level name ist das die richtige tür da kamen jedenfalls ein goldener sound oh hallo den hätte ich gebraucht oder ich sag ja erwartet keine intelligenten moves böse ganz böse nein aus böse 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 aua stimmt bei der obersten tür ich lag richtig oh ne 10er münze ja geh da rein die tür ist hoffentlich netter zu mir ja die ist netter autschen böse ja ach gib mir die feder zurück komm gib mir ich will die da hochwerfen ach so das ist falsch ich versuche dumme dinge ah ich verstehe schon wie ich die feder nutzen muss ich versuche zu zielen hat ja schon mal gut funktioniert ah und ich habe hier natürlich alles falsch gemacht was man falsch machen konnte dann machen wir das eben kurz richtig aus ich dachte ich muss dadurch entschuldigung wenn ich nicht immer sofort auf den chat achte na komm ok ich sehe schon wo das hinführt ich sehe schon wo das hinführt ok das ist schon mal ein ort und stelle ich sehe schon wo das hinführt es so es so so wie es Ja, das ist dumm, ich muss das Ding dann nochmal hier durchtragen. So, jetzt kommt die fiese Stelle. Nein, kommt nicht zurück. Da wäre eine 30er-Münze für mich. Vielen Dank. Jetzt nicht runterfallen. Vorsichtig. Nichts überstürzen. Das wäre Schlüssel Nummer 1. Da brauche ich die Feder. Okay, da war eine Münze. Da war auch eine Münze. Danke für die Kaiju-Blocke. Komm, komm. So, jetzt komme ich links rum. So, ab nach Hause. Böse. Böse Geister. Darf ich durch? Ich stelle eine andere Art auf... Äh, äh, einen Rekord auf, ne? So. Bloß nicht, äh, die Feder verlieren. Das schaffe ich noch. Da unten sind Freunde. Wir haben ein Problem. Und damit meine ich nicht meine geistigen Probleme. Warte, wir können es trotzdem durchschaffen. Geh da durch. Komm hier hin. Boost mich. Ja. Eigentlich hätte man das Ding durchschieben sollen, ne? So, und jetzt kommst du hier hin und boost es nochmal. Man hätte es eigentlich mit Feder hier durchschaffen müssen, ne? Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines Stück. Ja! So, jetzt können wir auch wieder random der Witz machen. Ich lasse das auch normal, weil es schwierig und sehr schwierig sind meistens nur Speedrun-Level. Und oben rechts steht ja schon meine Meinung dazu. Ah, okay. Schön zu wissen, dass da auch noch eine 30er war. Das sieht nach einem sehr interessanten Level aus. Boah, im 3D-World-Style. Ey! Die sind punktgenauen Sprünge. So, ich geh mal zum Goomba. Ich hoffe, das war richtig. Äh, Krampoline. Bin tot. Ich glaube, das sind beides Fake-Türen. Ich sag blau. Blau war richtig. Blau war richtig. So, ich geh mal zum Goomba. War richtig. Da war ein Schlüssel. Auf der anderen Seite. Ich seh Hölle. Dark, ich lass sie gerne in den Fortschritt. Um Gottes Willen. Du schaffst das. Ich wollte... Ich hatte gerade irgendwie so eine Gedanken. Du hattest auch eine Damage-Wing-Style. Hilfe! Okay, hab ich verdient. Jetzt hat man hier durchrennen soll, eigentlich. Aber wegen Multiplayer passt das Timing nicht von den Platten. Dark, ich hab den Plan. Spawn bei mir. Und dann rennt durch. Und dann kurz bevor der Damage-Wing-Style weg ist, springt sie auf irgendeine Platte. Ja, da ist schon das Ziel. Nein! Ich hab's tatsächlich verfehlt. Ja, Leute. Das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020